Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Crafttopia. Ich bin fertig mit Farmen. Habe ein bisschen Stein und Holz und Erze gefarmt hier in der Umgebung. Man sieht Erzvorkommen, sieht man so auf den schnellen Blick nicht mehr. Steine sind einige verschwunden. Die Holzkisten am Strand sind verschwunden. Einige andere Holzstämme wurden von mir entfernt und ich sehe gerade mein Inventar ist randvoll. Dann müssen wir doch erst einmal ein bisschen Platz schaffen. Eisen brauchen wir ganz besonders, denn wir wollten, was wollten wir bauen? Scheiße, was wollten wir bauen? Das hier, Sprinkler. Coel. Ich brauche Eisen dafür. Hier unten. Max vier Stück. Ich brauche aber Autosave wieder schön. Ich brauche fünf Stück. Ich brauche fünf Stück. Und wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Da wollen wir doch mal gucken. Ähm, da. Ah, er bewässert. Nice. Ähm, was war noch? Das hier. Ich brauche einfach wirklich Stahl-On-Mass. Damit ich wenigstens die Stahlkisten alle machen kann. Ähm, essen muss ich, müsste ich auch mal was. Zehn Hungerkeulen. Apropos, wir haben doch hier Fisch. Ähm, hier. So, ja, sieht auf jeden Fall nice aus, wie der Fisch da drauf liegt. Den wird die Schnauze abgeschnitten, okay. Der küsst einfach nur das Sägeblatt. Und bei dem verschwindet der ganze Kopf. Cool. Und jetzt, äh, 50, 160 Leben. Okay. So, da haben wir ein bisschen Weizen. Ähm. Das war hier drinnen, ne? Ich brauche das Pulver dazu. Das da. Ähm, ich habe wieder Stahlkisten. Ich muss jetzt mal gucken. Ich habe hier zwei, vier, sechs Stück. Die müssten eigentlich für Erze vollkommen ausreichen, ne? Ähm, so stehen die Kisten, ne? So, dann geht's an der Wand weiter. Das heißt, hier kommen die ganzen Erze rein. Da würde ich hier tatsächlich das Kupfer reinhauen. Hier das Eisen. Nach Eisen kam, glaube ich, Silber. Dann kam, was kam? Nach Silber. Stahl und Titan. Stahl ist hier. Da haben wir gerade nix. Titan ist hier. Natürlich wieder alles unterschiedliche. Titanium, Inglitz. Titan und... Ich glaube, Gold war das Nächste, was gekommen ist. Weil wir das ja schon abbauen können. Im Übrigen, ich darf nicht vergessen, mir eine neue Titanium-Picke zu machen. Ich habe während des Farms die einmal per, ja, Gold, per, ähm, Hotkey-Nummer repariert. Und da hat es etwas über 30 Durability verloren. Könnte man dann gleich mal einen Angriff nehmen. Indem wir eine neue Picke craften. So. Okay, dann war hier hinten Gold. Das können wir ja noch nicht verarbeiten. Hier kommt das Titanium. Da war es Silber. Ich habe ja... Wir haben ja bei dem Altar gesehen, es gibt noch Diamant und... Oh Gott, was gab es denn da noch alles? Müssen wir gleich noch mal gucken gehen. Ähm, ich habe hier noch keinen Verkaufsstand. Äh, das verkaufen... Das verkaufen ich wieder Wolle? Nee. Schade. Äh, also, als nächstes kommt Gold. Dann kommt Platinum. Oha! Nach Platinum kommt Diamant. Okay, da kommen also noch ein paar Erze. Das heißt für uns, wir werden die Reihe für Erze freilassen und dann hier drüben Mob-Bloot und sowas alles reinhauen. Äh, Stahl. Da Mob-Bloot. So, so, so. Ich muss hier mal einen Durchgang bauen, das geht so nicht. Äh, wir nehmen wieder den hier. Und außerdem muss da oben noch eine Wand drin. Die Nummer 8. Und das kommt auch auf die 8, dann ist die nämlich wieder leer. Oh, wisst ihr was? Ich habe zwar hier schon ein bisschen einsortiert, aber ich glaube, ich kriege hier sogar noch eine Kiste mehr hin. Wenn ich mich gut anstelle vor allem. Kupfer, Eisen, Silber, Stahl, Titan. Gold. Und... Andere Erze, würde ich sagen. Sieht auf jeden Fall geil aus. Und viel mehr Stauraum jetzt. Äh, joa, da müssen noch ein paar Kisten kommen, würde ich sagen. Stahlhammer fertig. Ähm... Dann, ich sortiere auch gleich wieder die Erze ein. Was ist denn das? Prism Gacha. Seen treasure box from other world look like this. Use Gacha going to save a Gacha... Äh... Bam, 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 bam. Okay, das bringt mir irgendwas... Das bringt mir irgendwas... Das bringt mir irgendwas... Dass ich... Ein soziales Leben habe. Aber... Ähm... Komm... Nee, stopp. Ähm... Hier. Oder gehen wir später auf... Nee, ich würde sagen, wir holen uns jetzt keinen Bogen. Wir gehen später auf Gold. Wenn wir irgendwann mal so weit sind. Ähm... Das da rein... Das da rein... Das da rein... Das und das da rein... Stopp. Ach, puh. Das da rein... Silber, Silber, Azident, Silber... Kupfer ist alles... Nicht das gleiche, okay. So. Dann Kupfer, haben wir gesagt. Dann Dorte, Eisen. Äh... Silber. Stahl, aber das brauchen wir noch. Nach Stahl kam Titanium. Nach Titanium kam Gold. Und da kommt dann das andere Zeug hin. Da kann ich hier... Holz. Da... Äh... Hallo? Steine. Und... In die... Können wir dann machen... Sand. So. Die kommt Sand rein. In die kommt das hier rein. Und das. Das ist nämlich ein Produkt. Ja. Haben wir soweit erstmal alles, würde ich sagen. Das ist Eisen. Hier stellen wir wieder Stahl her. So. Als nächstes. Äh... Oh, ich hab noch Steine im Gepäck. Kann man Kristall nicht bei Sand mit rein machen? Auch wenn aus Sand eigentlich Glas wird. Eigentlich schon, oder? Ja. Eigentlich schon, oder? Ähm... Hier. Ich hatte doch das da. Oh mein Gott, dauert das lange. Ach, du Heimatland. Da könnte ich was machen. Hier könnte ich was machen. Äh... Nee. So. Das Kupfer. Das hier wieder für Stahlkisten. Und mir wird bestimmt was fehlen. Holz. Schön. Holz war dort. Und ich wollte genau... Ähm... Ich wollte doch hier Wandfackeln machen. Ähm... Machen wir erstmal die da. Das sind sieben Stück. Und ich glaub, hier waren die. Genau. Campfire, Iron und... Biotanol. Das machen wir ja gerade. Für die brauche ich... Nicht so viel. Ich würde aber die hier nehmen. Die sehen schöner aus. Ich brauche Campfire. Also wie viel von den Fackeln werde ich denn brauchen? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also zehn Campfire erstes Mal machen. Da brauche ich... Ja, noch ein bisschen Holz und... Stein. Und machen erst mal nur zehn Stück. Da, 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 da. Craft. So, dieses Mal kein Nummernblock gedrückt. Dass ich auch ja nicht... Ähm... Die Aufnahme mittendrin wieder abbreche. So, hier haben wir noch ein bisschen Stahl. Aber Eisen haben wir keins mehr. Nee. Eisen müsste hier drinnen. Sechs Stück. Wow. Das reicht doch nie und nimmer. Okay. Ich kann eh nur zwei herstellen. Okay. Wollen wir doch mal gucken. Die acht. Oha. Sehen die geil aus. Oh, cool. Das hier ist ungefähr die Mitte. Ähm. Licht aus. Licht an. Okay. Ähm. Scheiße, wie mache ich denn das jetzt? Wo ist denn hier die Mitte? Das müsste ungefähr hier so sein. Genau, da, wo sie vorher war. Ähm. Also ungefähr dort. Boah, das sieht ja mal richtig nice aus. Ähm. Ähm. Okay, die hängt einen Ticken tiefer als die da hinten. Und nicht gleich. Das gefällt mir gar nicht. Also wenn, dann möchte ich das schon schön hier drinnen haben. Sonst muss ich mir so eine zum Hinstellen machen. Da brauche ich wieder Eisene. Ja, wir machen uns welche zum Hinstellen. Und die machen wir hier draußen dran. Mal ganz ehrlich. Die sehen ja hier draußen bestimmt auch geil aus. Eins. Und. Zwei. Ja, das sieht geil aus. So, dann machen wir noch schnell die Kisten hier drinnen. Äh. Das ist dieses Mal die fünf. Na. Komm. So, dann geht's hier weiter. Äh. Zwei haben wir noch. Ich muss wieder Eisen farben. Aber das Kisten-Nager ist halt fertig. Was will ich denn mehr? Das kann da rein. Das Stahl kann jetzt... Eine weiter. So, Steine waren da drinnen. Holz war da. Das, 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 das. So, dann kommt... Da ist das. Dann kommt an die Ecke das wichtige Zeug. Das werden dann zum Beispiel diese Coins und das. Hier kommen Waffen rein. Und zwar Breitschwerter für Zweihand und hier für Einhand. Ähm. Die Seeds. Die Seeds, die Seeds, die Seeds brauchen auch eine Kiste. Die werde ich hier draußen platzieren. Ich hab hier ja noch so Billow-Kisten, ne? Äh. Dann werden wir den Baumodus jetzt mal dazu anschalten, ne? Denn... Krieg ich die... Nein, die krieg ich so nicht hin. Wow. So. Genau, das wird die Seed-Kiste. Die müssen wir nämlich einmal durchwaschen, jedes Mal. Weil wir immer unterschiedliche haben. Wurst, Wurst. Das und das noch waschen. Und da hinten die zwei noch. So. Da bleibt das, die Seed-Kiste. Und hier hab ich sogar noch... Äh, äh, lalalalab, Eisen. Ja, Eisen auch. Erze drin. Und Mob-Loot. Äh, Seeds kommt da rein, haben wir gesagt. Hier war alles mit Waffen. Dann komm ich hier... Ich brauche noch eine Kiste für Kochsachen. Mal ganz ehrlich. Das brauchen wir doch nicht, oder? Brauchen wir das? Und wenn, dann stellen wir das hier hin. Und dann können wir hier nämlich später noch eine, äh, Stahlkiste mit Kochutensilien machen. Ist doch alles gelöst. Weil die Seeds werden wir auch regelmäßig brauchen. Die werde ich nämlich definitiv auch mit einer Stahlkiste irgendwann im Vorraum aufbauen. So, dann fangen wir hier mit... Ich würde sagen Mob-Loot an. Von wo ist das? Keine Ahnung. Äh, das würde ich gerne mal unter Wichtiges mit einbeziehen. Ja. Äh, das war von einem Tier. Und das war von einem Tier. Und das war... Von einem Schwein, glaube. Also da mit hin. Ja, genau. So machen wir das. Das ist gewaschene. Das ist gewaschene. Das ist gewaschene. Und das ist gewaschene. So, hier haben wir nochmal so ein, äh, Zeugs. Ne, da hin. Autosave. Also immer wenn es leckt, nicht wundern. Das ist einfach nur der Autosave. Äh, hier. Ich kann aber jetzt erstmal auf die Schnelle hier drinne was lagern. Denn ich brauche auf jeden Fall hier Slots frei. Essen, Essen, das dahin. Und wir werden erstmal hier in die letzte Kiste alles andere reinhauen. Was wir erstmal nicht benötigen. So. Haben wir das auch. Und ich würde sagen, wir gehen Erze und Ressourcen farmen. Das mache ich aber wieder offscreen. Wenn ich was entdecke, schalte ich mich natürlich wieder rein. Und, beziehungsweise, ich werde die Aufnahme hier jetzt, ja, beenden, offscreen Ressourcen farmen. Und, die Aufnahme starten, wenn ich was Interessantes entdecke. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann bleibt uns spannend. Genießt den Tag. Und, bye-bye. Tschüss. 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 Tschüss.